Ja, und der Bibelferster Woche aus aktuellem Anlass bezüglich des Thema des heutigen Abends. Erst Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Ja, und wir überprüfen alles und jeden anhand der Heiligen Schrift, der Bibel, und das ist natürlich beim Koran, bei Mohammed natürlich auch der Fall. Deswegen kommen wir zum Thema drei Koranverse, die jeder Christ kennen sollte. Ich muss gestehen, es sind eigentlich vier Verse. Bei dem einen oder anderen konnte ich mich nicht entscheiden zwischen zwei, aber da kommen wir dann hinzu, wenn wir zum zweiten Koranverse kommen. Wir kommen zum ersten Koranverse, und ihr kennt die Koranverse bestimmt alle, die sich damit beschäftigen. Trotzdem, Sure 4, Vers 157, da heißt es, Ja, und damit wird eigentlich so ziemlich das Wichtigste geleugnet, was wir im Neuen Testament lesen, nämlich, dass Jesus Christus ja das Sündenlose im Namen Gottes für unsere Sünden gestorben ist und auferweckt wurde nach drei Tagen. Und das wird abgelehnt im Islam. Das bedeutet, es gibt Hadith, da wird gesagt, Judas war angeblich irgendwie am Kreuz oder jemand, der aussah wie Jesus. Aber Jesus wurde nicht gekreuzigt. Also Jesus hat ja gesagt, zum Vater gebetet, dein Wille geschehe, nicht meiner. Aber am Ende, wenn es nach Allah gegangen ist, dann hat Allah Jesus vor dem Kreuz gerettet, damit Jesus nicht gekreuzigt wurde. Aber Jesus sagte am Kreuz, es ist vollbracht. Für die Muslime leider nicht, aber wir schauen uns an, was die Bibel sagt, nämlich, was Jesus selbst sagte. In Matthäus 26, Vers 2. Ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passa ist. Dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. Jesus selbst sagte also, dass er gekreuzigt werden würde. Und diejenigen, egal, ich meine, Juden wissen wenigstens, dass sie Jesus damals kreuzigen haben lassen. Viele, nicht alle natürlich. Muslime lehnen das ab. Aber wir schauen uns mal an, mit wem man sie dann vergleichen kann. Muslime kann man vergleichen mit den Galatern. Denn in Galater 3, Vers 1 und im 1. Korinther 1, Vers 18 heißt es, Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Genau wie die Galater, also nicht alle Galater, aber hier im Galaterbrief auch geschrieben und erwähnt, genauso glauben auch die Muslime nicht, dass Jesus gekreuzigt wurde, geschweige denn auferstand. Nein, laut Islam, laut Haditen wird Jesus, wenn er wiederkommt, neben Mohammed begraben werden und sterben. Obwohl Jesus im Buch der Offenbarung sagte, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich war tot, aber siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier sehen wir also schon, für uns Christen ist es natürlich eine Gotteskraft, das Wort vom Kreuz, das uns ewiges Leben beschert, das Evangelium. Aber für die, die das leugnen, wie Muslime oder viele Galater damals, die verloren gehen, laut Bibel, ja, für die ist es eine Torheit und deswegen können sie bis heute nicht verstehen, was da am Kreuz überhaupt vor 2000 Jahren geschehen ist. Nun kommen wir zu den nächsten Koranversen. Es sind zwei, weil ich mich zwischen diesen beiden nicht entscheiden konnte und die beiden eigentlich ganz gut im Kontext zusammenpassen, nämlich Surah 5, Vers 51 und Kapitel 48, Vers 28. Da heißt es, Ihr Geläubigen, also Muslime, nehmt euch nicht die Juden und die Christen zu Freunden. Wenn einer von euch sich ihnen anschließt, den Juden und Christen, gehört er zu ihnen und nicht mehr zu der Gemeinschaft der Geläubigen, also zu den Muslimen. Mohammed ist der Gesandte Allahs und die, die mit ihm sind, sind hart gegen die Ungläubigen, doch barmherzig zueinander. Hier als erstes müssen wir festhalten, dass Juden und Christen laut Allah im Koran Ungläubige sind. Und Mohammed sagte oder Allah oder wie auch immer, ist ja fast dasselbe, dass man zu Ungläubigen, wie Juden und Christen, zu denen kann man hart sein. Und die sind ja auch in den islamischen Ländern hart gegen Juden und Christen natürlich. Ja, und das ist natürlich sehr erschreckend. Also Muslime untereinander kussieren da. Wenn ich schon die Muslime sehe, ich meine, natürlich kann man nie alle über einen Kamm scheren. Ja, im Christentum, meine Güte, was da rumläuft teilweise. Aber hier bei den Muslimen, wenn ich schon sehe, kussieren da zwei Männer. Und so weiter und so fort. Aber wenn es dann laut Koran zu den Ungläubigen geht, zu denen kann man hart sein. Das ist genau das Gegenteil zu dem, was der wahre König der Juden, der König der Christen, der König der Welt, Jesus, lehrte. Nämlich in Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Was hat Mohammed mit Kritikern getan? Ja, töten lassen. Was sagt Jesus? Bittet für die, dass sie ihr Herz noch aufbekommen, bevor es zu spät ist. Also Mohammed sagte, wie gesagt, zu Ungläubigen und Christen und Juden sind im Koran Ungläubige, zu denen kann man hart sein. Jesus sagte sogar, dass man Feinde leben soll. Und da sehen wir schon das völlig andere Verständnis von der Liebe Gottes. Liebe gibt es im Koran nur für Muslime zu Muslimen. Und da teilweise unter Männern mehr als unter den Frauen. Denn in Surah 4, Vers 34 steht ja geschrieben, dass man eine Frau schlagen darf, wenn man befürchtet, dass sie einem nicht gehorcht. Und dann laufen die Frauen rum, teilweise in Saudi-Arabien oder wo auch immer, mit ihrer Burka, wie ein Ninja-Kämpfer. Ich weiß noch, das erste Mal, da habe ich so eine Frau gesehen mit Burka im Bus und ich wollte schon zu der Frau hingehen und sagen, ob sie einen Ninja-Stern hat. Aber da hat mich meine Mutter damals zurückgehalten. Also wenn Gott die Frau erschaffen hat, um als Burka-Ninja-Frau durch die Gegend zu laufen, dann hat man wirklich Pech, wenn man als Frau auf die Welt in einem islamistischen Land zur Welt kommt. Ja gut, Gott sagt natürlich Nabil was ganz anderes. Nun denn, wir schauen uns an, wie es aussieht. Also wir dürfen nicht befreundet, Muslime dürfen nicht mit uns Christen befreundet sein. Das ist natürlich sehr schade, aber wir haben einen viel besseren Freund, nämlich Jesus. Der sagt in Johannes 3, Abvers 17 und Kapitel 15, Vers 14, Und Jesus hat geboten, dass wir glauben sollen, dass Jesus der eingeborene Sohn Gottes ist. Und wir glauben das und deswegen sind wir auch die Freunde von Jesus. Wir brauchen kein Subhanahu wa ta'ala, kurs hier, kurs da. Wenn wir Efe, die Ungläubige sind, sie ja auch für uns. Unser Freund ist der Sohn Gottes. Was für ein Freund. Das ist die beste Freundschaft, die es gibt im ganzen Universum. Abgesehen natürlich vom himmlischen Vater. Aber Jesus als Freund zu haben, da brauchen wir keine Freunde. Manche sind stolz darauf, wenn die auf Facebook 10.000 Freunde haben. Ja, das sind keine Freunde. Das sind teilweise auch nur Bilder, die ihr seht, als ob man mit 1.000 Kontakt hat. Ich habe das natürlich auf jeden Fall nicht. Wir sind also hier den krassen Unterschied. Den letzten Vers, den wir uns anschauen wollen, denn wie wir gerade gelesen haben, diejenigen, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, die werden gerettet. Diejenigen, die nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, die sind schon gerichtet. Und was sagt der Koran, Surah 9, Vers 30? Natürlich, ihr kennt den Vers. Und die Juden sagen, Esra sei Alas Sohn. Und die Christen sagen, der Messias sei Alas Sohn, also Jesus. Das ist das Wort aus ihrem Mund. Sie ahnen, sie ahmen die Rede derer nach, die vor dem Ungeläubig waren. Also auch hier Christen, die glauben, der Sohn Gottes ist Jesus, sind Ungeläubig. Alas Fluch über sie. Und ich meine, jeder Christ glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich kenne jetzt wirklich keine Konfession, die das leugnet. Und deswegen verflucht Alas hier im Koran alle Christen, zwei Milliarden Christen, weil sie alle glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann sagen irgendwelche Antifa-Christen oder sonst welche Christen, die glauben, Impfung sei ein Akt der Nächstenliebe, dass wir an denselben Gott glauben, obwohl dieser Gott Alas uns verflucht. Das ist schon ein Wahnsinn. Kein Wunder, dass das Christentum dabei ist, leider unterzugehen. Aber ich muss sagen, so wie das Christentum aktuell drauf ist, ist es auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen, weil letztendlich im Königreich Gottes gibt es keine Religion und keine Konfession mehr. Da gibt es nur eins, nämlich das Volk Gottes und das ist Israel. Und dazu gehören wir Christen. Ob die Christen das hören wollen oder nicht, spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Sie werden es am Ende selbst hören, wenn der König Israel zurückkommt. Wir schauen uns an. Erstmal Jesus, der Sohn Gottes, hat Gott einen Sohn überhaupt laut altem Testament? Schauen wir mal in Sprüche 30, Vers 4. Da heißt es, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Tja, Muslime wissen das nicht, weil sie glauben ja nicht, dass Gott einen Sohn hat. Aber selbst laut altem Testament, selbst hier wird die Frage gestellt, wie ist der Name des Sohnes Gottes? Ja, liebe Muslime, es ist nicht Isa ebne Mariam, es ist Yahshua, Hamaschiach, Jesus, der Christus, der nämlich sagte in Lukas 22, Vers 70, Johannes 10, Vers 36. Ich meine, lassen wir doch Jesus selbst beantworten, wer er ist. Und nicht von Mohammed, der nicht mal lesen kann. Also, der konnte nicht mal lesen, wird uns aber sagen, was in der Bibel steht. Guter Witz. Da sprachen sie alle, bist du also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, denn ich bin es. Wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Tja, damit die Muslime, genau wie die Galater und die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, denen sie haben auch gesagt, Jesus, du lästerst. Du glaubst ja, du bist der Sohn Gottes, aber Jesus ist der Sohn Gottes. Hätten damals vor 2000 Jahren Muslime irgendwie mit Jesus Kontakt gehabt und Jesus hätte gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Und Muslime hätten den Koran damals gehabt, hätten sie auch gesagt, du lästerst Jesus, weil du sagst ja, du bist Gottes Sohn. Jesus war, ist und bleibt Gottes Sohn. Ob das jetzt Muslim gefällt oder nicht, spielt ja überhaupt keine Rolle. Das ist genauso, wenn Menschen nicht an Dämonen glauben. Das ist auch völlig egal, weil das ändert ja nichts an der Existenz von Dämonen oder von Gott. Wir sehen also, das waren die Bibel bzw. die Koranverse, die ich mit euch teilen wollte. Denn wir sehen hier eindeutig, wie gesagt, den großen Unterschied. Jesus wurde gekreuzigt, im Koran eben nicht. Deswegen nie auferstanden, starb nicht für unsere Sünden. Jesus laut Bibel ist der Sohn Gottes, im Koran nicht. Christen werden verflucht, die das glauben. Denn im Koran steht, man soll hart zu den Ungläubigen sein, auch zu Juden und Christen und nur beim Herzlich zu Muslime. Aber Jesus lehrte sogar, die Feinde zu lieben. Da sehen wir den Koran, ist ja genau das Gegenteil. Ein Anti-Bibel-Buch, die Anti-Bibel könnte man den Koran auch nennen. Und wenn Muslime sagen, die Bibel wurde verfälscht, dann haben sie hundertprozentig recht. Und die Fälschung haben sie in ihren eigenen Händen, wie dieser unschuldige Junge hier vorne, nämlich den Koran. So war es, so ist es und so bleibt es. Und ich bete in aller Liebe dafür, dass viele Muslime zur Erkenntnis der Wahrheit in Jesus Christus kommen. Denn Gott liebt auch sie, aber Gott wird niemanden retten, der leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist und für unsere Sünden gestorben und auch verstanden ist.